Yo, 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 herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Hysteria. In der letzten Folge waren wir, ähm, hier in diesen, ähm, ja, in den Ruinen gefangen. Und jetzt ist auf einmal anscheinend ein mächtiges, äh, Hellion aufgetaucht und Rose ist in Gefahr. Und wir? Wollen sie jetzt retten? Boah, was da sieht krass aus. Stop it! Look, he's gonna crack. Let's do this. Hey, Hellion, I'm over here. Sarray? Shepard? If it's too much to handle, run. Right, we just need to buy enough time for those two to escape. Run back. Okay. Auwak, direkt krassiert, wow. It's over. Zafden has power. Be gone. I need a hand. Au. I'm not sure we have the proper elements to defeat this one. Do we die now here? We must not die here. Aha, was war denn jetzt los? Aber so schlecht habe ich ja noch nie abgeschnitten. Oh, man. Naja, wir haben davon ja noch 14 Stück. Oh. Hä, was ist das denn? Rose, what are you doing? Boah, der sieht so brutal aus. Und er ist so brutal stark. Oh, fuck. Oh, fuck. Sarray, see if you can manage without me for a little bit. Huh? Rose. Huh? So you can hear me now. I'm impressed. Rose, it's okay to be scared. Just hang in there and listen to me. Sarray's like that, too. We grew up together, but he still tenses up a little when he sees me. We Seraphim are indeed Sarray's friends. And yet, we cannot say for sure if Sarray sees and hears the same things we do. Because he's the only human out of all of you? Yes. Sarray has no human compatriots who can truly understand the burden he bears as the Shepard. You want me to join him? It's ultimately your call. Hey, what's your name? Mikleo, come here! Coming. Mikleo! Mikleo! Huh? 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 Mikleo! Huh? Huh? I can see him, but I... I... I still... Well, this is a fine how do you do if there ever was one? All right, dammit! I'll prove to you I can do this! Sarray! Mikleo! And... Uh... What? What's wrong with you? I... I... I'm joining the fight! Looks like she's made up her mind. And she did it all herself, too. Thank you. Lila, I'll buy you some time. You get the Squire's pack going. But Sarray, you have to give her a true name first. Wilk is Wilk! Huh? Wilk is Wilk. That's the true name I'm giving to Rose. Uh... All right. Heh heh heh. Offer your protection. Don't charge in like that. Hold out just a bill. What? Ich hab... Ich hatte sogar geblockt. Jetzt unterhaut mich. Okay, das ist krass. Oh man, Alter. Das kann ja was werden, ey. Woah, 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 woah. Boah, da hab ich. It's over. Offer your protection. Und ich zieh dir nix ab, ey. Das ist unglaublich. Ähm... Objekte. Guter Apfelgummi. Erstmal aufladen, ne? So. Klopp du nicht da mal. Ich bleib mir hin in Sicherheit. Denn ich weiß nicht, was ich machen muss. Der ist zu stark. Flüchten kann ich auch nicht. Oh, boah. Oh, oh. Oh nein, er trifft mich. Er trifft mich. Kacke. 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 Boah, das zieht so übertrieben viel ab, ey. Tschüss. Ah. Okay. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie? Heil. Heil, hei, hei. Apfelgummi. Stirb endlich. Woah, 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 woah. Oha. Sag mal, zieh ich denen überhaupt was ab? Äh, äh, gar nicht gemacht hier. Äh, äh, dieser Hellion hat eine unglaubliche Verteidigung, die sogar naheliegende Felsen kontrollieren kann. Kürzere Waffen kommen vermutlich nicht an ihn ran. Fokus tausend auf. Dabei hat er gar nicht so viel Verteidigung und trotzdem ziehen wir ihm nix ab, ey. Ja toll, Widerstand gegen alle Arten außer gegen Wind. Was ich nicht habe. Ah. Fliehen, Flucht unmöglich. Arthes. Können wir ja mal hier gucken. Oh, der hat ja wieder, oh, oh, oh. Feilsturm, ja, direkt reinpacken. Ja. Upsa. Strom des göttlichen Drachen, gut. Oh, oh, oh. Lass mich in Ruhe. Oh man, jetzt bin ich auch noch, äh, geslaut. Ähm, Apfelgummi. Ich hab echt kein... Weil wir machen denen gar keinen Schaden. Bin ich echt zu schwach? Verlangsamung. Oh man, Alter. Oh man, ich kann... Ich kann mich noch nichtmals mehr bewegen. Scheiße, scheiße. Haben wir hier was gegen? Elixier, Stellkp, nee. Oh man, wir haben nicht mehr. Und ich kann ihm das auch nicht geben. Scheiße, scheiße. Ich mach dir gar keinen Schaden. Was soll denn das? Ich kann mich nicht mal bewegen, Alter. Hallo? Ich bin fast tot. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ich kann alles nicht essen. Warum? Oh man, ey, kacke. Aber jetzt kann ich wieder, weil ich die Verjüngung eingesetzt hab, äh, wieder die Leben zu mir nehmen. Also den Apfelgummi. Und tschüss. Ich hab... Ich hab echt keine Ahnung, ob wir gegen ihn kämpfen müssen. Weil er scheint ein Arkt zu stark. Aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Äh, wir können nicht fliehen. Wir können... Ich hab keine Ahnung. Flay nämlich mal. Oh man! Oh man! Woah, wo, 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 wo. Ich weiß echt grade nicht, ob wir das hier richtig angehen. Nein. Boah. Was? Oh. Hey, die kann auch? Amortisieren? Boah, ich krieg gerade Erwe-Gans-Out. Ich hab's-Gans-Out. Ich bin ein kleiner Nerd. Ups. Ne, ich will den Wind-Typen haben. Okay. Jetzt wird mal amortisiert. Boah, was? Hohoho, der sieht fett aus. Ups. Seelenresonanz, das war Aufladen. Boah. Okay, jetzt kassiert er. Ja, jetzt sind wir nicht mehr so stark. Ne, ha. Glücklicher Tigersturm. Scheiße. Verkehrt. Hohohoho. Ja, da kassiert er. Ah, da bleib ich auch in nem Schaden stehen jetzt hier. Okay, jetzt wär' ich übermütig. Objekte. Abfüllgummi. Abfüllgummi. Oh, 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 oh. Boah, seelenresonanz ist auch so op, ey. Ah, wir haben keine, äh, Punkte mehr. Okay. Er ist dann ein bisschen weg hier, zur Seite. Okay, da muss man wohl nah dran stehen bei dieser Attacke. Yo, 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 yo. Oh, die Attacke ist nice, man. Was? Die sind alle schon top? Was ist denn jetzt los? Nicht stark genug? Boah, Mann, der ist immer noch so krass stark. Ähm, Apfüllgummi. Ey, die Arme, kann sich mit allen armetisieren? Was ist denn das für eine, ey? Die ist ja krank. Oh, der hat mich im Visier, dann hau ich erstmal ab. Tschüss. Oh, ich bin schon wieder, äh, Öp, Objekte, Abfüllgummi. Oh, die gehen langsam leer. Äh, die werden, oh, Mann, alter. Aber, oh, der war trotzdem stark. Oh, das war ein kleiner, süßer Hund. Das war ein kleiner, süßer Hund. Das war ein kleiner, süßer Hund. Rose? Hey, pull yourself together. Did you think it was Rose? It's me. Wha? Leave her alone, you maniac. You're quite attached to her, I see. What are you after? Oh, nothing really. Just making sure it was clear to everyone why you wanted to become a sub-lord. Shepard, allow me to explain. I understand, Dazzle. Listen! It seems there's some sort of agenda you want to accomplish with the Armatis, Dazzle. That's right. And I'm using you to that end. Deal with it. What is it you want, then? Revenge. Against the Hellion who killed my friend, tarnished the name of the Windriders, branded them as criminals, and forced them to live out the rest of their lives in secrecy as an assassin's guild. Oh, yeah? Well, in that case, you're more than welcome. We love quelling Hellions. Hmph. You mean saving them, in other words. Does that sound like revenge to you? You're out to kill them? Hmph. Lila, how could you invite someone like him to be your sub-lord? Because of how he is. Dazzle is consumed with vengeance, and yet he has not become a Hellion. Because he has a vessel that cannot be corrupted. Rose. I get it. So if Rose were to accompany us by herself, then Dazzle would lose his pure vessel. And before long, his lust for revenge would turn him into a Hellion. Don't make me laugh. I'd sooner die than become the same corrupted being as the one who wronged me. You folks forced my hand. But something tells me that you're not too bent out of shape over it. Hmph. Hmph. I won't deny it. It did give me a sense of the true power of the Armatus, after all. I understand your reasons now. But if you're going with us, you can't be acting like a lone wolf. Hmph. Don't worry. I'll work with you. I'm a crummy Seraph, but I'm still a Seraph. I've got no reason to oppose what the Shepard does. True. Well, I guess that's true. But nevertheless, keep what I told you a secret from Rose. She believes that she's come as far as she has with her own ability, without anyone's help. I don't want her to be troubled by the knowledge of what I've been doing behind her back, or the reasons why I did it. Dazzle. Well, that's that. Now we're all best buds, right? Don't toy with her. Make sure she's all right. She's fine. She just passed out from shock. I think you tossing her on the floor like that is what did it. Why don't we plan on resting here for a while until Rose wakes up? It looks like the other Seraph still hasn't regained consciousness. Yeah. Und? Seraph? Auch nicht schlecht. Ähm, ähm, ähm. Kampf verge... Boah, 2414 Erfahrungen. Galt, galt. 1403 Levelaufstieg. Hat der neue Art erlern. Neue Art erlern. Ja, wunderbar. Titel, Titel. Finsterjäger erworben. Neue Kampfaktion erlern. Ähm, ähm, ähm. Oh. Ähm, ähm. Entschuldigung, Klossemalz, Fröschemalz, wie auch immer. Ähm, ähm, boah. Windstoß. Drücke rechts. Rechts, um einen Windstoß zu wirken, um dich nach vorne zu teleportieren. Solange sich, äh, solange sich in Reichweite ein Stück Boden befindet, auf den du langen kannst, kannst du damit sogar Schluchten überwinden und Orte erreichen, die sonst unerreichbar wären. Wenn du windempfindliche Feinde triffst, kannst du dir einen Kampforteil verschaffen. Okay. Aber, ähm, ich muss ja... Speicherpunkt, äh, direkt speichern. So. Ähm, speichern. Ich muss ja sagen, das hat mir ja mal... Der Kampf hat mir gezeigt. Ich weiß nicht, ob der so schwer sein sollte. Aber, dass wir auf jeden Fall trainieren, äh, müssen. Der hat mich ja gewon-hitted. Der hat mich wirklich gewon-hitted. Ich musste quasi echt immer ausweichen. Oh, das war stark. Ähm, jetzt ist die Frage, soll ich das im Let's Play aufnehmen, ähm, wie ich trainiere? Oder... Wenn das vielleicht in Zeitraffer machen, ich weiß es echt noch nicht. Oder ich mache es, äh, ähm, während ich nicht aufnehme. Wir schauen mal. Erstmal sprechen wir jetzt mit jedem hier. Let me tell you something. What? That girl, Rose, she conducts way too much power. I was able to enact the Armatis and control her body even when she was completely zonked out. What do you mean? She's far too used to the power of the Seraphim. It's probably because Dazzle's been secretly interfering from the sidelines for so long. He must have manipulated her on multiple occasions while she was asleep or unconscious. If that weren't the case, there'd be no real explanation for why such power flows through her. So Dazzle used Rose to his own ends time and time again? Just to get his revenge? And just as he was hoping, Rose had the ability to enact the Armatis. If she loses consciousness, she can be manipulated freely. He's crafted the ideal vessel out of her. Keep that in mind. Okay. Okay. Auch der arme Hund da. Man, man, man. Ich bin hier ziemlich die Familie. Ja. Rose und Dazzle sind eigentlich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob Rose. Aber wenn Dazzle das gehört hat, dann bin ich sicher, dass er objektiv wird. Haha. Haha. Yeah, I can imagine. Exploring these ruins like this gave me some perspective again. I've gotten too worked up. Thank you, Micklio. You helped yourself. Don't think me. Are you concerned about Dazzle? Well, kind of. If his aim is to kill Hellions, I want to stop him somehow. If it does come to that, the Prime Lord has the authority to restrain a Sub-Lord if he decides to act up. You can do that? Yes, but ideally I'd rather not have to. Though there is a hierarchy between the Prime Lord and Sub-Lord, I'd rather we be friends. Oh. If Dazzle travels along with you, Sarai, I'm certain that he'll find some other reason for living besides Revenge. He is a Seraph too after all. So, and yes, I'm a Dazzle. Dazzle. What? No, no. Well, I mean, not really. Just... Just what? I, uh, I kind of like having you on. I mean, I used to think we were the only group of humans and Seraphim who travel together. It used to be quite a common affair. Even if people couldn't see us, couldn't hear our voices, they could feel us by their side. Together we laughed. Together we cried. Weren't all of the scattered bones like that? Exactly. And so that's why... Hey. Know this. We may be working together. But if you get in the way of what I need to do, there will be problems. Shepard or no. So you're finally awake. Boy, howdy. You really helped me out there. My gratitude to the Shepard. And of course, my Seraph brethren. I'm Saray. This is Lila, Edna, Dazzle, Nickelio. And the one sleeping over there is... That dog is talking. Rose, you're awake. Yep. I am called Oysh. Though I may not look at, I'm as much a Seraph as any of them. I'm getting a crash course, Mystic Secrets of the Seraphim. Nice to meet you. Likewise, I'm Rose. Looks like she's used to it. So, shall we return now that Rose has recovered and awakened? I don't know. She's having so much fun. No screaming and punching? Lame. We're wasting time. Let's head back. Aber die Ruinen sind, glaube ich, noch nicht erkundet. Hold up! We haven't found anything yet. And there's more Ruins left to explore. Meinren. Well, I guess there's only one thing to do. Yep. Keep going! Meinren. We're not done with our little expedition yet. Hm. No vacation from this vacation. Then let us proceed further in. Seraph, are you ready? Thanks, everyone. All right, Oysh. We're going to look around in the ruins a bit more. Ha, ha, ha. You folks are a blast, I tell you. Be careful out there. See you later, mystical doggy. Hm. Der Speicherpunkt war... Windvergeltung erlernt. So. Hey, sprechen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich fast zu einem Drachen geworden wäre, ich kann es immer noch nicht begreifen. Ich glaube, es ist Zeit, über mich selbst nachzudenken. So. Oh, 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 oh. Da ist die Gruppe. Die scheint jetzt voll zu sein. Ich meine, unten links wäre noch ein Platz. Aber ich glaube, das ist ja unrealistisch. Obwohl. Was ist eigentlich mit, äh... Alicia? Heißt das? Die ist jetzt Alicia-Ersatz? Erstmal schauen hier. Aha, aha. Eisenschatten. So. Ausrüstung. Assassindolch. Angriff plus 12%. Das ist natürlich nice. Okay. Ähm. Fertigkeiten. 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 Nicht Fertigkeiten. Boah, was? Die kann auch ziemlich viel. Aber, aber. Wo ist ein, ähm... Ah, Gott. Bin ich jetzt komplett irre? Nicht Kampfaktion. Wo war es denn? Nein, das war es auch nicht, was ich meinte. Das wollte ich eigentlich. Warum kommt das nicht bei ihr? Achso, das geht nur, wenn ich, äh... Die, glaube ich, auf dem ersten Platz habe. Na gut. Ähm. 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 Da haben wir noch was Neues gelernt. Abwehrsteigerung. Bei der Abwehr wird die Angriffshäufigkeit von Gegnern, die dich angreifen, erhöht. So, dass Handlungen vom Fein leichter zu kontrollieren sind. Bei der Abwehr wird die Angriffshäufigkeit von Gegnern, die dich angreifen, erhöht. So, dass Handlungen vom Fein leichter zu kontrollieren sind. Kapiere ich noch nicht so ganz. Also, die können mich mehrmals angreifen, oder wie habe ich das so verstehen? Ibs-Stoß. Normal. Äh. Normal. Halte nach 2 Kommos RT gedrückt, um 1 SA zu verbrauchen. Die Wirkung von... Verbverbesserung bei dir zu verstärken und sofort einen Angriff auszuführen, der den Feind zurückwirft. Okay. Verbannungsstoße. Da haben wir noch einiges vor uns. Ja, da gibt es schon nette einige Sachen. Ich muss später mal gucken, was davon wichtiger ist. So, Ausrüstung. Der soll pendeln. Der hat wahrscheinlich wieder so eine extravagante Waffe. Oh, was haben wir denn hier? Achso, die Dornbester hat eher an. Windring. Ja. Da sind wieder einige Sachen an Items gekommen. Wind. Der Vergeltung. Finsterjäger. Boah, da können 9. Nehmen wir das einfach mal erstmal. Gibt noch nicht viel. Ich würde sagen, äh... So, Drachenkorridor. Speichern. Drachenkorridor. Hier machen wir einen Break. Wir sind auch schon wieder bei 26 Minuten. So lange kam mir das nicht vor. Aber... Ja. Ich wollte fragen. Also. Weil... Weil es mir so vorkam, dass wir jetzt da extrem schwach waren. Ähm... Ob ich auch zwischendurch in den, äh... Folgen einfach mal ein bisschen Level, EP sammle. Oder Ausrüstung farme. Je nachdem. Ob ich das aufnehmen soll. Oder einfach mal nur eine Aufnahme. Komplett nur leveln, leveln, leveln. Oder ob ich das einfach, äh... Machen soll, wenn ich, äh... Nicht aufnehme. Und halt nur erstmal die Story straight gehen. Ich meine, ich wollte daraus echt ein 100% Let's Play machen. Aber, ähm... Das würde mich interessieren. Erstmal werde ich es aufnehmen, bis jemand sagt, das ist zu viel. Das dauert zu lange. Würde mich interessieren. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat. Like da lassen. Wäre cool. Oder... Ja, wie gesagt, in den Kommentaren habt ihr schon genug zu schreiben. Also, lassen wir das mal weg. Und, äh... Ups. Da war wieder ein... Eine Brühmücke. Und ja. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge bei Tales of Hysteria. Also, dranbleiben. Einschalten. Und Spaß haben. Ciao.